Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns bei Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin. Von der Charité. Und hat sich entschlossen hier bei uns... Kinder haben uns schon vorgestellt. Warte. Hast du das Geld bekommen? Du musst das Wasser nicht reinpacken. Übers Wasser? Wann? Bald. Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleiner Ausflug gemacht? Kommen Sie bitte. Waren Sie eigentlich hier in der Provinz. Aufpassen, dass sich niemand separiert. Mir gefällt es hier. Ich hab' ein schlechtes Gefühl, ich kann's nicht erklären. Aber lass mich nicht allein. Geh' nicht weg. Wie spät ist es? Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Ich hab' den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Ich hab' den Ausreiseantrag nach. Gulch. Aufer. Wenn wo kam. Alles Wärfe. Wirson Sie echt nicht mehr. Vielen Dank.